Herzlich willkommen im YouTube-Channel von Tag of Media. Sie sind hier bei einem weiteren Heimkino-Workshop-Video gelandet, genauer gesagt dem zweiten Teil unserer Mini-Special-Serie rund um das Thema Raumgröße von Heimkinos unter Berücksichtigung der Raumakustik. Im ersten Teil, da habe ich Ihnen am Beispiel vielleicht einem Kleinkino gezeigt, was es dort zu beachten gibt und einige grundsätzliche Begebenheiten der Raumakustik noch mal ein bisschen näher erläutert. Jetzt im zweiten Teil lade ich Sie ein mit mir hier in unserem Referenzkino so rund 15 bis 20 Minuten Zeit zu verbringen, um ein paar Informationen zu bekommen, wie es sich mit großen Räumen verhält. Wichtig ist dabei, auch was Raumakustik und Kinobar betrifft, es führen auch hier mehrere Wege nach Rom. Meine nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf unsere Erfahrungen und Ideen rund um unsere Philosophie des Heimkinobaus, das, was wir auch für Sie umsetzen, wenn wir Ihnen ein Premium-Heimkino bauen. Da möchte ich Sie herzlich einladen, so ein paar Grundgedanken mitzunehmen und hoffe, dass ich Sie damit inspirieren kann. Viel Spaß! Hollywood zu Hause Heimkinogenuss in Vollendung Sie erkennen daran, dass Sie ein regelmäßiger Zuschauer unseres YouTube-Channels sind, wenn Sie sofort wissen, dass das hier unser Referenzkino ist, dass wir das jetzt neulich mit unseren neuen High-End DSP-Aktiv-Digital-Lautsprechern mit Diamant-Keramik-Hochtöner-Climax ausgestattet haben. Boah, das war jetzt ein bisschen viel in einem Satz, aber Sie haben verstanden, um was es hier geht. Ja, ich möchte Ihnen ja einfach mal ein Beispiel dafür geben, wie es mit großen Räumen aussieht und was noch ebenfalls wichtig ist, Thema Raumdimensionierung, Größe, Breite, Höhe. Wir haben hier vom Prinzip diesem Raum, auch wenn es jetzt aus der Kameraperspektive vielleicht ein bisschen kleiner wirkt, dieser Raum ist im Grundsatz eigentlich 55 Quadratmeter groß. Also wäre eigentlich geeignet für ein Kino, wo andere Leute sechs, sieben, acht, neun Sitzplätze reinklatschen und hier ist gerade mal einer drin. Ich meine, gut, rein theoretisch könnte ich jetzt mühelos das Ding rausstellen, stellen mir eine Dreiercouch rein, könnte sogar noch ein Podest dahinter bauen, aber wir wollten das hier absichtlich nicht. Das ist jetzt gar nicht der Punkt. Ich möchte mit Ihnen primär erst mal darüber reden, dass es jetzt nicht nur natürlich auf die reine Raumgröße ankommt, das Thema hatten wir vorhin, sondern auch auf die Symmetrie des Raumes und zwar idealerweise in der Querachse, das heißt, dass die linke Raumbeschaffenheit genauso gemacht ist wie die rechte und das sowohl vorne als auch hinten. Aber gerade vorne ist es wahnsinnig wichtig, dass aus Sicht des Lautsprechers, stellen Sie sich vor, Sie sind ein Lautsprecher, Sie stehen hier, dann muss die gesamte Beschaffenheit in diesem Bereich genau gleich sein wie da drüben. Das ist zumindest der Idealzustand, den Sie anstreben sollten für ein Heimkino, denn sonst haben Sie eine andere Charakteristik in der Kombination von dem, was beim Ohr ankommt, hinsichtlich der Erstreflektion und des diffusen Schallfeldes. Das stört dann nämlich auch so ein bisschen oder stärker, je nach der Ausprägung, die Lokalisationscharakteristik und Abstrahlung des Lautsprechers. Sorry, der Lautsprecher strahlt natürlich gleich ab, aber die Gesamtabstrahlcharakteristik im Raum, die ändert sich dann eben und das sollte man tunlichst vermeiden, auch im Surround-Bereich. Und wenn Sie das wirklich konsequent symmetrisch machen, dann kommen Sie an den Punkt, wo Sie so wie hier oder auch in den meisten unserer anderen Heimkinos wirklich eine fantastische Glocke hinbekommen. Und wenn der Raum dann halt eben größer ist und dementsprechend auch die Lautsprecher weiter wegstehen, das ist das Thema, was wir vorhin hatten, dann haben Sie auch weniger Winkelabhängigkeiten, dann vergrößert sich der Sweetspot. Also um das Thema von vorn aufzugreifen, um das mal einfach zu erklären, vom Grundsatz können Sie auch auf einer Telefonzelle oder von mir aus in einer Besenkammer für einen Sitzplatz irgendwie ein Heimkino hinbekommen. Also es geht auch wirklich auf minimalem Raum. Und irgendwie können Sie sich natürlich immer sehr eng hinsetzen und noch Ihre Freunde dazuholen und zusammen Filme anschauen. Das ist dann immer eine Frage vom Anspruch. Also es geht wirklich immer bei der Größe vom Heimkino primär um die Frage, wie groß soll der Sweetspot sein? Und umgekehrt sagt man dann im amerikanischen Fachjargon zu diesem Sitzplatz, zu dem Hauptsitzplatz, wo alles ausgerichtet ist, wo alles perfekt ist, das ist im Fachjargon der sogenannte Money Seed, weil man dafür das Geld ausgibt, dass es hier perfekt ist. Das andere, das sind so Nebenplätze. Und genau dieser Faktor wird halt mit der Größe vom Raum immer weiter aufgeweicht. Das Lustige ist, ich habe ja auch das Vergnügen, hin und wieder auf Yachten zu arbeiten, um dort zum Beispiel jetzt Storm-Audio-Vorstufen zu installieren. Und da sehe ich immer wieder typische Fehler, die komischerweise gerade bei Yachten gemacht werden, wo ich mich frage, wer plant denn die Kinos? Das ist jetzt nicht so unser Business-Gebiet. Die haben es meistens ganz schlau gemacht, das nämlich auf dem Sweet-Spot, auf dem eigentliche Money Seed, da ist ein Tisch installiert. Meistens so 40, 50 Zentimeter, weil ich habe manchmal das Gefühl, da geht es weniger darum, einen Film schön anzugucken, als dass man hier ein, ich weiß nicht, ein Besäufnis machen kann und ein Kasten Bier zwischen zwei Sitzplätze passt. Also das ist da natürlich auch ein Designfehler, den Sie nicht machen sollten, wenn Sie sich Ihr Kino planen. Das nächste Thema ist, wenn wir uns hier mit einem großen Raum befassen, Thema Lautsprecher, Subwoofer. Ich fange jetzt mal mit den normalen Lautsprechern an. Sie müssen halt jetzt nicht nur das Thema Abstrahlcharakteristik bedenken, das hatten wir drüben. In dem großen Raum kann man da auch mit einer gezielteren Abstrahlcharakteristik arbeiten. Da geht es übrigens auch nicht nur um die vertikale, sondern um die horizontale Abstrahlcharakteristik. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Bändchenhochtöner nehmen, also einfache Faustformel, immer die Richtung, in der das Bändchen geformt ist, also so ein langer Schlitz, das ist immer die Richtung, in der der Lautsprecher nicht breit abstrahlt. Also praktisch so ein hochgestelltes Bändchen strahlt so breit ab. Das ist das Ziel. Und immer so relativ flach. Was Gutes hat, was Gutes haben kann, wenn es zum Konzept passt, weil der Lautsprecher dann die eigentlich unerwünschten Bodenreflexionen, wo man jetzt schwierig im Normalfall Absorber positionieren kann. Dadurch möchte man Boden- und Deckenreflexion minimieren. Jetzt ist er wieder konzeptabhängig. Wenn Sie jetzt ein Deckensegel haben, dann ist das mit der Minimierung von Deckenreflexion nicht mehr ganz so dramatisch. Boden ist immer ein Thema. In einem guten Heimkino schaut man, dass man zum Schluss möglichst nur noch Bodenreflexion hat. Selbst da kann man noch ein bisschen was machen. Aber ich komme vom Thema weg. Wir waren beim Hochtöner. Also wenn der Hochtöner zu sehr bündelt, also wenn Sie so einen Bändchenhochtöner hier vorne haben, richten den auf die Ohrhöhe aus, dann kann das gut funktionieren. Aber was machen Sie, wenn Sie jetzt gerade ein kleines Kino haben und der Bändchenhochtöner ungefähr hier sitzt und über die Köpfe drüber strahlt. Dann haben Sie das gleiche Problem oder noch sogar extremer beim Bändchen. Da können Sie sich auswählen, entweder erst auf der Ohrhöhe der zweiten Reihe, dann kriegen die den richtigen Hochtöner ab oder aber Sie pegeln den so hoch, dass die Leute unten dann wieder den richtigen Hochtöner haben. Dann werden den Leuten oben die Ohren bluten. Und so ganz nebenbei freut sich auch noch der Verstärker und die Membranen. Und das ist ja eh so ein Thema bei Bändchenhochtönern, die tendenziell immer viel zu sehr gehypt werden. Bändchenhochtöner sind nicht per se besser als eine Kalotte. Das ist immer eine Frage, wie gut ist etwas gemacht. Man sagt ja auch nicht, ein Diesel ist grundsätzlich besser wie ein Benziner. Das ist immer eine Frage, wie sind die Verzerrungswerte. Das ist halt gerade bei einem Bändchenhochtöner ein kritischer Bereich, wo man gucken muss, auch wie ist der Frequenzumfang. Das heißt, wie tief kann ein Bändchenhochtöner gehen? Wie hoch koppelt der Mitteltöner ab? Hat man einen kleinen Mitteltöner oder einen größeren, der dann vielleicht auch wieder zum Bündeln neigt? Das sind ja alles so Themen, die da reinfließen. Da sollten Sie einen guten Fachhändler haben, der Ihnen jetzt nicht nur auf Datenblattniveau was sagen kann, sondern der auch wirklich weiß, welche Charakteristik vom Lautsprecher passt rein. Bei großen Kinos, wie gesagt, ist die reine Abstrahlcharakteristik nicht mehr ganz so dramatisch schlimm. Da müssen wir eher andere Themen bedenken. Nämlich da geht es um das Thema Pegel. Jetzt ist es nämlich so, immer wenn Sie im Mittel- und Fernfeld eines Lautsprechers, also jetzt nicht im absoluten Nahfeld, aber wenn Sie praktisch statt drei Meter von einem Lautsprecher sechs Meter weg sitzen, spielt der Lautsprecher zwar natürlich nicht immer noch vorne gleich laut, aber Sie hören hier sechs Dezibel weniger. Und die müssen Sie dann letztendlich bei dem Verstärker wieder mehr draufpacken. Der Lautsprecher muss hier sechs Dezibel lauter spielen, damit Sie dort dasselbe Lautstärkeempfinden haben, wie ein Lautsprecher, der auf halber Distanz steht. Zehn Dezibel ist eine für uns wahrgenommene Lautstärkeverdopplung, psychoakustisch ungefähr, und sechs Dezibel bedeutet letztendlich für den Lautsprecher den doppelten Membranhub. Das heißt, Sie brauchen eigentlich die doppelte Membranfläche, wenn der Lautsprecher doppelt so weit weg ist, um das wieder auszugleichen. Natürlich kann jetzt auch ein Regallautsprecher auf vier Meter noch irgendwas rausbringen, aber gerade wenn wir dann wirklich auf hohem Niveau unterwegs sind, je nachdem wie viel auch die Raumakustik dann wegblendet vom Raum und wir mehr Lautsprecher hören, ist das durchaus ein Thema, wo man sich dann überlegen muss, wann komme ich in den Bereich, wo ich bei einem Hochtöner, bei einem Mitteltöner irgendwo in die Thematik mit Verzerrungen, mit Klöreinkommen oder in die Kompression, je nach Lautsprecher, Treiber. Die Endstufen müssen mitmachen, die müssen auch noch Hedgewurm mitbringen, je nachdem, wenn ich dann hier noch einen Hochtöner habe, den ich noch EQ'n möchte, weil er vielleicht als Bändchenhochtöner nach EQ'n werden muss, damit ich hier dann doch noch was höre. Da muss ich dann halt wirklich auch berücksichtigen, wie ist mein, jetzt kommt wieder mein Lieblingswort, das Gesamtkonzept hinsichtlich dieser Thematik. Und da ist natürlich ganz übel, da kritisiere ich zum Beispiel die Genesis-Raumeinmessung von Anthem, die relativ rücksichtslos einfach dann hochpegelt, je nachdem, was man eben als Vorgabe eingestellt hat. Oder auch viele andere, auch D-Rack hat teilweise die Charakteristik und dadurch treibt man dann die Hochtöner, ich mache das jetzt hier nur symbolisch, hier ist jetzt ein guter Hochtöner, der das nicht braucht, aber die machen das halt sehr schnell automatisiert und dann kriegen gerade unbedarfte Anwender nicht wirklich mit, was da eigentlich im Hintergrund für einen Schabernack getrieben wird. Und das hält ein System dann davon ab, so diese Lockerheit, diese Leichtigkeit, die wir so schätzen, in den Heimkinos zu ihren Ohren und letztendlich zu ihren Gefühlen zu transportieren. Transport muss man natürlich auch beim Bass berücksichtigen und da rede ich jetzt mal nicht von der reinen Membranfläche, von dem, was wir für die Pegel brauchen, sondern was häufig außer Acht gelassen wird, ist das Thema des Arrays. Also das heißt, viele Leute sagen sich, okay, ein Vierer-Subwoofer-Array, das heißt eine Zeilenanordnung von Lautsprechern in einer bestimmten Konfiguration, ist immer etwas, was man haben muss. Ach, ein Vierer-Array ist eine tolle Sache. So bauen wir ja auch viele Kinos. Jetzt muss man nur eine wichtige Sache berücksichtigen, die habe ich dem letzten in dem Video auch schon erwähnt. Und zwar müssen Sie, wenn Sie sich jetzt ein wirklich gutes Subwoofer-Array bauen wollen, dann einfach auch die obere Wirkfrequenz des Arrays mitberechnen. Und das ist immer raumgrößenabhängig. Wir können das Ganze aber total simpel machen. Wenn Sie eine sinnvoll nutzbare obere Wirkfrequenz eines Arrays haben wollen, sollten Sie ungefähr alle 1,5 Meter gleichmäßig über die Frontwand oder die Rückwand oder die Decke je nach Subwoofer-Konzept einen Subwoofer positionieren. Und das macht einen großen Raum natürlich auch noch mal wahnsinnig teuer im Vergleich zu einem kleinen, wenn Sie dann dort dieselbe Bass-Performance haben wollen. Jetzt mal ungeachtet der Membranfläche brauchen Sie, um eine ebene Wellenfront, das ist auch noch so ein wichtiges Schlüsselwort, um eine ebene Wellenfront hinzukriegen, natürlich deutlich mehr Subwoofer. Ein Vierer-Array in einem kleinen Raum arbeitet deutlich besser als ein Vierer-Array in einem großen. Da brauchen Sie sehr schnell deutlich mehr Subwoofer. Jetzt fragen Sie sich eventuell, wozu brauche ich eine ebene Wellenfront beziehungsweise was ist eine ebene Wellenfront? Sie erinnern sich, ich habe vorhin von dem Thema stehende Wellen gesprochen und Auslöschung und Überhöhungen und dabei erwähnt, dass wir das Thema hauptsächlich hinsichtlich der drei großen Raumdimensionen brauchen, nämlich hier die Tiefe vom Raum, die Breite vom Raum und die Höhe vom Raum. und unsere typischen Akustikkonzepte oder das, was eigentlich zunächst mal auf der Hand liegt, wenn es der Raum erlaubt, ist es zu sagen, wir arbeiten vorne und hinten mit einer Beffelwall, so wie in unseren Fällen, die hoch wirksam sind und bis in die tiefsten Frequenzen wirklich so effizient sind, dass der Schall eben nicht hin und her wie beim Billardtisch oder wie beim Flipper hin und her geschickt wird und dann habe ich diese Längsmode schon mal weg, diese Modenbildung in die Richtung, das kennen unsere Kinos gar nicht und wenn Sie dann noch gucken, dann müssen wir natürlich jetzt noch eine Lösung finden für die Modenbildung links und rechts sowie unten oben und das können Sie komplett wegblenden, wenn Sie eben eine Wellenfront bilden, wenn wir hier sagen, wir bauen hier eben regelmäßig in Relation zum Raum, immer von der Ecke, von der Höhe etc. gemessen, ein gleichmäßiges Subwoofer-Setup, dann wird der Raum so gleichmäßig angeregt, dass eine Welle nur noch so durchgeht und nicht eine kleine einzelne Schallwelle entsteht, die sich dann an allen Dimensionen dementsprechend nochmal bricht und das ist auch der Grund, warum jetzt so ein einzelner klassischer Subwoofer-Kubus dann halt irgendwo auch schnell ein Ansatz ist, der nicht auf dem hohen Niveau zu dem Ergebnis führt, wie jetzt halt eben eine Array-Lösung, die man direkt mit mehreren kleinen kaskadierbaren Lösungen an die Wand baut und da haben wir dann eben ja auch für unsere Heimkinos verschiedene Lösungen entwickelt und bauen mittlerweile in jedes zweite Heimkino sogar individuell konzipierte Subwoofer-Lösungen, die aufgrund unserer Firmencharakteristik dann auch nicht mehr kosten als eine fertig gekaufte Lösung von einem normalen Anbieter und in der Summe halt dadurch dann eine bessere Performance bieten. Das ist halt dann auch eine Möglichkeit, wie man hier im Bassgut arbeiten kann und das muss man wissen. Generell stellen Sie fest, es ist also schon konzeptionell der Punkt, wenn Sie einen großen Raum haben, Sie brauchen mehr Subwoofer, Sie brauchen tendenziell mehr Membranfläche, Sie brauchen mehr Verstärkerleistung, Sie brauchen mehr Raumakustik, weil das müssen Sie natürlich immer äquivalent zur Raumgröße machen. Zehn Kubikmeter in einem kleinen Raum wirkt natürlich mehr wie zehn Kubikmeter in einem Raum mit drei, vierfachen Volumen. Das alles skaliert wahnsinnig nach oben. Sie müssen viel mehr Geld ausgeben für die ganzen Akustikmodule, fürs Design. Thema Leinwand. Wenn Sie von 2,80 Meter auf 3,50 Meter hochgehen, haben Sie ungefähr 50 Prozent mehr Bildfläche. Das hört sich zunächst mal toll an. Nur vom Grundprinzip muss man sich überlegen, ob ich jetzt so wie hier 3,50 Meter von einer 3,50 Meter Leinwand weg sitze oder wie im Nebenraum ungefähr 2,80 Meter von einer ebenso breiten Leinwand. Sie haben vom Grundprinzip denselben Bildeindruck, Sie haben denselben Winkel. Es kommt nicht auf die absolute Größe an, es kommt auf den Winkel an, den Sie haben. Und von der Tendenz wird das Bild auf einer kleinen Leinwand sogar eher noch besser aussehen, weil die sogenannte Leuchtdichte höher ist. Und das ist der Punkt, Sie müssen bei einem großen Heimkino nicht nur mehr Geld bezahlen für die größere Leinwand, sondern Sie müssen dann eben auch gucken, okay, brauche ich vielleicht eine Kategorie mehr Licht beim Beamer und muss da vielleicht noch mal mehr ausgeben. Und das macht dann so ein Kino natürlich dann auch wieder teuer. Natürlich, zum Schluss kommt irgendwo der subjektive Eindruck dazu, dass ein großer Raum natürlich großzügiger, edler, komfortabler wirkt. Aber dem halte ich entgegen, dass der Gemütlichkeitsfaktor in vielen kleinen Heimkinos, zumindest hier habe ich jetzt mal einige, die mir von unseren sehr gut gefallen, dann eben auch sehr gut ist. Und wir hatten jetzt neulich erst den Fall, kam Kunde auch mit einem sehr kleinen Raum, hatte den Wunsch für drei Sitzplätze, hatte so eine Ausgangslage und hat sich dann hier bei uns mal die Kinos angeschaut. Wir sind in ein Beratungsgespräch gegangen und wir haben einen Planungsauftrag bekommen. Und das Schöne ist, wir haben eine tolle Planung gefunden für den kleinen Raum. Hier nochmal ganz kurz als Beispiel, wie es dann eben auch sein kann. Das gibt dann eben auch abweichende Akustiklösungen, hier mit so einer Zwischenwand und der Kunde hat dann tatsächlich bei der Vorstellung vom Akustikkonzept gesagt, dass wir die ersten Männer sind, die ihm eine Gänsehaut beschert haben und feuchte Augen, weil es wirklich toll geworden ist. Wir haben das Kino noch nicht gebaut, das machen wir in Kürze, aber nur um Beispiel zu geben, wie man eben auch in kleinen Räumen mit ausgetüftelten Ideen dann auch tolle Lösungen hinbekommt. Das Einzige, wo man in kleinen Räumen ein bisschen auch wieder aufpassen muss, ist das Thema mit Diffusoren, denn je nach der Gestaltung der Diffusoren, je nach der Fächergröße, haben die bestimmte akustische Effekte, die auch einen größeren Abstand brauchen. Also einfach formuliert, in größeren Räumen arbeiten Diffusoren grundsätzlich eher besser als in kleineren Räumen, denn man darf nicht zu nah an dem Diffusor sitzen. An einem klassischen Diffusor, hier so ein Hofer-Diffusor, benutzen wir auch gerne für teilweise unsere Projekte, wir mischen das ja, haben wir auch hier so gemacht, da sollte man schon so mindestens ein Meter, besser ein Meter 50 Abstand halten, weil man sonst einfach eher direkte Reflektionen abbekommt oder Verfärbungseffekte und noch nicht so dieses eigentlich raumöffnende Feeling von dem Diffusor bekommt. Dann kommt es natürlich auch darauf an, habe ich jetzt 2D-Diffusoren, 3D-Diffusoren etc., das ist dann wieder konzeptabhängig. Wir haben zum Beispiel als Teil unserer Easy-Line auch hier solche, wenn in die Diffis, die dann auch bei kürzeren Hörabständen besser funktionieren, die auch jetzt nicht so viel kosten, die Dinger, und die auch noch dahinter eine Absorptionswirkung im Mitteltonbereich haben. Da sind wir wieder bei dem Thema Akustik und Raumdesign. Ich kann mir vorstellen, dass Sie in dem Video bis jetzt eine Thematik komplett vermisst haben, nämlich Angaben zur Raumproportion, sodass Sie jetzt vielleicht gedanklich mit einem gespitzten Bleistift da sitzen und sich jetzt eine einfache Formel erwarten. Wie tief darf denn der Raum in Relation zur Raumbreite sein? Da gibt es ja so diverse Rechner im Internet, die Ihnen dann einen möglichst ungeraden Faktor empfehlen, 1,3, 1,7, 1,8 etc. Und vom Prinzip ist da ja auch was Wahres dran. Man sollte möglichst kein ganz zahlig Vielfaches der Raumbreite jetzt in die Raumlänge haben, weil sich dann dementsprechend diese Dröhnenfrequenzen, diese Auslöschungen, sprich die Wellenlänge in Proportion zum Raum bei den Raumdimensionen dann gleichen und man die Probleme, die wir haben, dann noch viel extremer hören, weil die sich in den verschiedenen Dimensionen, sprich Breite, Höhe, Tiefe, dann immer bei der gleichen Frequenz auch noch blöderweise treffen. Das ist auch grundsätzlich richtig und es ist jetzt auch nie falsch, einen Raum entsprechend zu bauen. Jetzt kommt nur das große Aber. In dem Moment, wo wir sowieso hergehen, und das sollte man unbedingt machen, eine gute Raumakustik im Raum realisieren, über eine Baffle Wall, über einen DBA, einen SBA, whatever, haben wir diese Thematik sowieso ein Stück rückweit entkräftet, weil wir ja verhindern, dass sich entsprechende Moden bilden. Also brauche ich den Raum jetzt nicht zwangsläufig unbedingt so bauen, dass sich die Moden möglichst gutmütig verteilen. Das ist eher ein Ansatz, der, wie schon vorhin erwähnt, aus dem Stereo-Bereich kommt, wo man traditionell, was für mich unverständlich ist, jetzt noch nie so wahnsinnig viel Wert auf Raumakustik gelegt hat, weil man dort eben ganz charakteristisch sowieso eher auf lebendigere Räume setzt. Also man möchte den Raum eigentlich so als Wiedergabe-Instrument noch mit dazu haben, der soll noch ein bisschen Hall vermitteln. Die meisten Stereo-Leuten, wenn die jetzt hier in so ein Heimkino kommen, die sagen, klingt mir zu trocken. Aber Stereo- und Heimkinos sind, wenn man es auf hohem Niveau betrachtet, zwei völlig verschiedene Welten. Vor dem Hintergrund darf man das eine dann nicht mit dem anderen groß vermischen. Im Stereo-Bereich ist es durchaus üblich, dass man auch mit Standlautsprechern arbeitet. Das ist auch wieder so ein Thema, weil man dort für gewöhnlich jetzt nicht mit Processing groß arbeitet, mit EQs. Geht jetzt nicht für jedes Stereo-System, aber es ist eine Tendenz, sozusagen die Stereo-Kultur, drücke ich jetzt mal aus. Während im Heimkinobetrieb, das ist mittlerweile meine Erkenntnis, zu der ich immer mehr gereift bin im Laufe der Jahre, wirklich Standlautsprecher nur in ganz wenigen Fällen überhaupt noch Sinn machen. Weil die große Problematik, jetzt komme ich zu einem anderen wichtigen Thema, die große Problematik von Standlautsprechern ist ja die, man hat ja einen Standlautsprecher, damit jeder einzelne Kanal seinen Bass, der auf diesem Kanal abgemischt ist, auch wiedergeben kann. Ist ja vom Prinzip völlig nachvollziehbar. Die große Problematik ist nur, und so muss man sich das mal vorstellen, wenn Sie jetzt einen Raum haben, der nicht überall, und das ist natürlich dann der perfekte Raum, der aus Blick des Lautsprechers an jedem Punkt im Raum identisch ist. Also das Ideal einer Kreisaufstellung in einem Raum, der dann aber auch so symmetrisch ist, dass jeder Lautsprecher, der in einem entsprechenden Raum steht, egal wo er hinguckt, immer die gleichen Voraussetzungen vorfindet. Das ist perfekt. Dann machen Standlautsprecher Sinn, weil dann regt jeder Lautsprecher, auch im Tiefbassbereich, den Raum exakt identisch an. Plus, der Raum muss dann natürlich auch im Bassbereich stark absorbierend sein. Sonst ist man sowieso auch wieder schnell mit einem guten Subwoofer-Array sehr viel vorteilhafter dabei. Und wenn ich jetzt nicht dieses Ideal einer Kreisaufstellung in einem komplett gleichmäßigen Raum habe, dann macht ein Standlautsprecher allein schon deswegen keinen Sinn, weil ein Center-Speaker, wenn der in der Mitte jetzt Tiefbass bei 30 Hertz anregt, reagiert der Raum komplett anders drauf, wie jetzt beim Front-Ride oder beim Surround-Lautsprecher. Und vor dem Hintergrund macht es dann von der Homogenität wieder mehr Sinn, wenn man sagt, okay, wir trennen alle Lautsprecher bei einer Frequenz. Das muss man dann natürlich mit der Wirkfrequenz von dem SBA abstimmen und schmeißen das auf ein Subwoofer-System, welches einheitlich eine gute Übertragungsfunktion mit dem Raum dann aufbaut. So, und um dann eben wieder zur Raumgröße zu kommen, da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt dann eben sowieso gucke, dass ich über ein gutes Subwoofer-Konzept, über eine gute Raumakustik diese Modenbildung, so wie wir in unseren Heimkinos überhaupt nicht mehr habe, weil ich die Vertikal- und die Höhenmoden ausblende und durch die Längsmode dann eben mit einem DBA oder mit einem Baffle-Wall-Konzept dann auch außer Kraft setze, dann ist es in der Praxis wesentlich sinnvoller, sich jetzt nicht sklavisch an irgendeinen Umrechnungsfaktor der Raumbreite zu halten, sondern dann kann man den Raum genauso dimensionieren, wie man ihn jetzt einfach praktischerweise braucht, für bestimmte Sitze, für Durchgänge mit Podesten, für Wandaufbauten etc. Und es schadet natürlich nichts, wenn Sie jetzt gucken oder wenn Sie möglichst vermeiden, dass der Raum doppelt so lang wie breit ist. Schaden kann es nichts, aber es ist jetzt nicht so, dass man ohne diesen Faktor kein gutes Heimkino kriegen kann, mitnichten. Wir hatten demnächst auch ein wunderschönes Heimkino, was sogar ziemlich genau doppelt so lang wie breit war und das lang sensationell. Kurze Nachhaltzeiten, keine Auslöschungen. Das ist dann eben mit einer guten Raumakustik, wie schon dreimal erwähnt, jetzt auch kein großes Thema mehr. Was man aber im Gegenzug verallgemeinern kann, wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihren Raum zu bauen, Deckenhöhe. Je mehr Decke, also von der Höhe her, desto besser, weil das ist natürlich auch das, was wir vorhin schon hatten, je größer der Raum, desto niedriger wandert die Schröder-Frequenz und das gilt natürlich dann auch für die Decke. Dadurch wird das Raumvolumen größer und auch die Modenbildung hier in der Vertikalen fällt gutmütiger aus, wenn die Decke höher kommt. Sie haben spätere, frühe Reflektionen. Wir können ein dickeres Deckensegel bauen. Sie können mit Podesten mehr arbeiten. Sie haben auch, das ist genau das gleiche Thema mit Winkelabhängigkeiten, jetzt bei Nebensitzen für die ganzen Lautsprecher auf O-Höhe. Genauso werden auch die Winkelvarianzen geringer, wenn wir mit der Decke hochgehen, weil dann die ganzen Lautsprecher sich besser verteilen. Das wird es aber auch wieder ein einzelnes Thema, wenn wir uns dann angucken, wie viel Dolby Atmos Schrägstrich Auge 3D. Gut, bei Auge 3D kann man nicht so viel variieren. Bleiben wir bei Atmos. Wie viel Atmos- Lautsprecher machen den Sinn? 2, 4, 6. Da gibt es ja auch wieder verschiedene Philosophien. Muss man auch wieder vom Konzept, auch zum Beispiel von der Raumgröße, von der Sitzplatzanzahl, vom Sweetspot etc. abhängig machen. Hängt alles miteinander zusammen. Aber ich hoffe, ich konnte jetzt das Thema mit den Proportionen in dieser Form jetzt hier nachvollziehbar in aller Kürze trotzdem noch mit reinbauen. Alles, was Sie jetzt gesehen haben, könnte man einfach formuliert in zwei Sätzen zusammenfassen. Punkt Nummer eins, wenn Sie die Sitze reinkriegen, können Sie grundsätzlich immer ein Kino irgendwie drumrum bauen. Es ist einfach nur eine Frage des Anspruchs, wie groß die Klangdifferenzen auf den Nebensitzplätzen sein dürfen. Denn beim Hauptsitzplatz, da kriegt man, und dann sind wir beim Punkt zwei, mit einem guten Konzept immer, fast immer irgendwie was hin. Und das ist dann auch schon das Thema Nummer zwei, Konzept. Also Sie haben ja gesehen, egal ob ich einen großen Raum habe oder einen kleinen. Wir haben damit wahnsinnig verschiedene Attribute hinsichtlich der Raumakustik, hinsichtlich des Budgets, hinsichtlich der ganzen Gestaltung, der Lautsprecher, die man einsetzt. Und das ist auch das, was immer in unseren Kinovorstellungen, die ich hier mache, auch ersichtlich wird. Man kann jetzt, auch wenn die vielleicht optisch ähnlich aussehen, aber man kann jetzt nicht sagen, es gibt jetzt ein Kino, was dem anderen gleicht wie ein Ei dem anderen, weil man dann eben doch immer gucken muss, Türpositionen, wo machen welche Lautsprecher sind, welches Lautsprecher-Layout, wie hört jemand, wie laut hört jemand. Ich weiß, das ist immer mein Lieblingsthema und da reite ich regelmäßig drauf rum, aber ich hoffe, ich konnte mit dem Video transportieren, warum das so ist. Und auch, dass die Raumgröße ein ganz wesentlicher Faktor ist, sich eben auch zu überlegen, welche Lautsprecher mit welcher Abhördistanz machen denn überhaupt Sinn, welchen Verstärker brauche ich draus. Sprich, Konzept ist King. Und genau das ist auch gleichzeitig unsere Spezialität, wo wir Ihnen sowohl bei einem Komplettprojekt ab 60.000 Euro helfen Deutschland, Österreich, Schweiz und alternativ auch mit einem Selbstbauprojekt mit unserem Tooltime Package. Bieten wir Ihnen an für Wohnräume und für Heimkinos auf unserer Webseite. Ansonsten bei Fragen rund um Einzelkomponenten freut sich unser Onlineshop auf Ihren Besuch. Ich bedanke mich für Ihr Reinklicken und wünsche Ihnen viel Spaß bei den weiteren Videos hier auf YouTube und bis bald. Tschüss.